Ruhl Dauphin hier. Imperialer Diplomatischer Dienst. Atelis Callis hat mir berichtet, dass ihr mit den Gormaks zusammenarbeitet. Uns kann jedes Mittel recht sein, solange sie aufhören, unsere Leute beim ersten Anblick zu erschießen, oder? Ich arbeite nur mit einem einzigen Gormak zusammen. Ja, aber dennoch. Die Vos zeigen wenig Verständnis, wenn es um die Gormaks geht. Sie wollten nicht mal zulassen, dass wir einen für wissenschaftliche Forschungszwecke hier halten. Seid wirklich vorsichtig. Wenn es um die Gormaks geht, kann man nie wissen. Wieso höre ich noch immer eine Stimme? Entschuldigung. Ja, ich bin fertig. Viel Glück. Und danke, dass ich eure Zeit beanspruchen durfte. Gott, was in einem Nervensäge, ey. Äh, wir haben was gekriegt. Bringt uns das was? Ja! So, betritt die Ritualkammer. Ich denke, da wird es wieder so sein, dass wir ein Taxi nehmen müssen. Äh, ja, Taxi. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Offenheit. Und dann wollen wir mal zur letzten Mission hier auf was schreiten. Und dann wollen wir mal zur nächsten Mal. Pass des Jammers, ok. Ich habe heute irgendwie so Lens drin, das beunruhigt mich etwas. Und Grafik-Bugs. Das beunruhigt mich noch mehr. So, wieder ein langer weiter Weg steht vor uns. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ich hoffe mal, dass die Grafik-Bugs am Spiel liegen. Nicht, dass mir meine Grafikkarte jetzt um die Ohren fliegt. In der nächsten Zeit. Wäre nicht so geil. So, jetzt nach links. So, wo ist denn der liebe Eingang? Und wann dürfen wir uns wieder buffen? In gut 10 Minuten, 9 Minuten. Da vorne ist es doch. Da haben wir den riesigen Planeten, der wahrscheinlich ganz nah an Voss ist. Dass die sich nicht gegenseitig anziehen, ist... ...ein Wunder. ...ein Wissensgalerie, okay. Komm, die Bonus-Mission nehme ich mal ganz schnell mit. Es sind ja nur 15, die wir hier erledigen müssen. Jetzt haben wir schon gut die Hälfte, so schnell kann es gehen. Ja, jetzt knallt da müssen wir lang. Was lag denn der Trugide da am Boden? Habt ihr das gesehen? Der Kleiner. Der da, der Linke. Der war ja gerade echt am Boden. Da fehlen ja immer noch drei. Was soll denn das? Da haben wir den Rest. Vom Schützenfest. Das war's für den Rest. so, Bonus-Mission auch mal schnell mitgenommen so wie es sein muss so, da haben wir doch den Hartrick ich vermute, er ist wichtig für das Ritual außerhalb des Traums war er nicht zu sehen ich dachte, die Gormax wären Krieger, keine Feiglinge Was? Warum seid ihr hier? Ich bin kein Wos. Und er auch nicht. Es gibt nur, Wos. Ich bin Dahlrin. Ich bin der Lehrer des Steins. Er lehrt mich, diesen Stein zu benutzen, Ehrwürdiger. Wir haben den Stein gemacht, um den Albtraum fernzuhalten. Heiler, nehmt den Stein. Meditiert. Verwandelt den Albtraum. Kranker, besiegt den Albtraum. Benutzt den Stein. Er benutzt den Stein gegen die Albträume und dann kämpfe ich gegen sie? Und dann nehme ich den Stein und werde geheilt? Richtig. Sichere Reise. Wenn die Albträume erscheinen, benutzt ihr den Traumstein. Dann töte ich sie. Und das wurde jetzt zweimal erklärt. Und er hat es immer noch nicht verstanden. Außerdem, der Traumstein ist der Traumstein. Mensch, Leute. Das sagt doch schon alles. Ihr seid die schönste Frau, die ich je... Was tut ihr? Lasst mich nicht schon wieder sterben! Ich bin bereit, wenn ihr es seid, Gormak. Das ist der Albtraum. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Was ist das? Was? Kein Sinn für Humor. Ich gebe mich nicht so leicht geschlagen. Ja, das hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich bin bereit, wenn ich das war, dass ich jetzt nicht wieder. Das war's mit mir. Weiter geht's zum nächsten. Ihr habt euch immer noch nicht mit eurer Grausamkeit abgefunden oder? So sei es. Ihr werdet sterben. Irgendwie sind die Jedi-Saison typisch. Auch gut, die Sith auf Rap-Seite, wenn wir dann den Jedi spielen, sind auch total untypisch. Also, das ist echt komisch. Also, wenn du den Sith spielst, sind die Jedis total untypisch und werden als böse hingestellt. Und wenn du dann Jedi spielst, dann sind die Sith untypisch und werden als böse hingestellt, als ultimativ böse. Und ihr werdet's ja dann sehen. Schülerin, wie schön, dich wiederzusehen. Ich habe gerade an einem neuen Ritual gearbeitet. Nein! Stopp! Nicht schon wieder! Stopp! Also, du gehst mir auch mal langsam auf den Sack mit deiner Schlange. Also, du gehst mir auch mal langsam auf die Schwab machen. Oh Gott. gonna gehst mir auch mal langsam auf. Und du gehst mir auch schnell, wenn du da? Also, du gehst mir nicht. Also, du gehst mir. Also, du gehst mir alle. Okay. Du gehst mir. Also, ich hab. Lass mich nicht. Drammalk werde ich? Drammalk werde. Ich habe dich, was. Ja, ich habe ihn bei. so nach adam ries sollte nur noch ein geist bleiben das ist dann also das ende ich wusste immer dass es dazu kommen würde mögest du die klappe halten dann Wenn das scheitert, wird jemand dafür bezahlen. Wenn das scheitert, wird jemand dafür bezahlen. Das war's für heute. Sie werden sich nicht noch einmal gegen mich erheben. Danke dafür. Sie müssen informiert werden, dass ich Sie auf dem Schiff treffe. Sie werden weg. Sehr schön. Ich denke, wir können Schnellreise nutzen und ab nach Voskaw. Na komm, gib mir ein Bild. So. So, Vitalstation. So, links. So. 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 So.